Man wisst ja, sie... Okay, das war jetzt der schlimmste Voice-Crash, den ich jemals in meiner YouTube-Karriere hatte. Linus Forward hier zu diesem Best-Of. Es wurde sich nämlich gewünscht, dass es ab jetzt sozusagen einen Clip des Monats gibt. Deswegen bitte ich euch darum. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welcher der Clips euch am besten gefallen hat. Der wird dann im nächsten Best-Of dann zum Clip des Monats September ernannt. Ihr wisst Bescheid, lasst noch gerne Bewertungen da und jetzt viel Spaß. Sandra, ist ein bisschen eine sehr nahe Aufnahme gewesen. Weiß nicht, ob das jetzt so sein musste. Das bringt mir alles nichts. So sprinten wir, das ist auch schon mal gut zu wissen. Ups. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh nein, oh nein, das wollte ich nicht. Sass es... Oh. 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 Was zum Teufel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Fresse verpiss dich. Verpiss dich aus meinem Leben. Oh, meine Güte. Das ist mir alles zu viel. Und die ist 16 Minuten gegangen. Boah. 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 Was ein Schuss. Ey, was ist denn jetzt los? Public, Traumtor. Ja, das war durchaus nicht durchdacht, ne? Wenn man es sagt. Oh, nee, doch. Oh, ein Tor gemacht. Ich sterbe während dem Tor. Hilfe. Alter. Ich werde von allen Seiten gebumst. Fehler, 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 Fehler. Ich klinge so komisch. Ich klinge so komisch. Danke. Nein, Mimso. Mimso, nimm den doch. Mimso, nimm den doch. Mimso. Meine Güte, was ist denn mit meiner Stimme? Mann. Da ist schon wieder eine Biene. Ich bin an der Biene. Ich bestäube dich. Und was machst du? Ich bestäube dich. Ich bringe mich in die Depression, diese Biene. Das kriegen wir auch noch down. Jawohl. Ich habe nie so viel Skill von mir erwartet. Jesus Christ.